So, was sind eigentlich heutzutage diese einzelnen Produktionsschritte? Die muss man auch nochmal genau definieren. Vor dem Schritt 1, dem Recording, hat man Titelauswahl, Text schreiben, Komposition, Arrangement, Musiker aussuchen, Studiobuchen, Produzenten suchen, Equipment zusammenstellen, wie macht man es, warum macht man es, wann macht man es und so weiter und so fort. Dann hat man den ersten Schritt, das Recording. Das heißt, alle Titel, alle Instrumente werden aufgenommen. Nach dem Recording-Schritt kommt Schritt Nummer 2, das Postpro oder Editing. Das heißt, die aufgenommenen Spuren werden optimiert, die werden geschnitten und verfeinert. Mit Autotune, Vocaline oder mit irgendwelchen speziellen Programmen, was die Trums quantisiert und so weiter und so fort. Wenn man den Schritt 2 abgeschlossen hat, ist man Schritt 3. Schritt 3 bedeutet das Mixing. Manche verwechseln das auch mit dem Mastern. Einige Leute rufen die an und sagen, Uli, kannst du mir einen Titel mastern? Wie teuer ist das denn? Wir haben einen Sommerspecial-Lauf und da kostet so ein Mastering zwischen 60 und 80 Euro. Und dann findet der das natürlich unheimlich billig, bis ich da mal rausbekomme, dass der eigentlich 40, 50 Spuren vorbeischicken will und die gerne gemischt haben möchte. Also das sollte man schon wissen. Mischen ist aus diesen vielen Spuren, zwei Spuren machen, ein Stereo-Master, ein Stereo-Mix, woraus dann ein Master gemacht wird, was gemastert werden kann. Und dann kommt der Schritt Nummer 4. Das ist dann das Pre-Master. Haben wir eben erklärt. Technisches und klangliches Mastering. Danach kommt dann Schritt 5, ein Quality-Check. Bevor das das Haus verlässt, muss das nochmal alles gecheckt werden. Stimmt alles? Ist alles genau angegeben? Stimmen die Zeiten? Stimmt die Titelreihenfolge? Sind da keine Knackser drin? Dann ist da nichts beim Brennen passiert und so weiter. Und zum Schluss, Schritt Nummer 6, ist dann aus diesem Master wird dann das Class-Master gemacht. Das Class-Master ist dann quasi die Mutter. Daraus wird dann nochmal Vater, Mutter und so weiter gemacht. Und daraus werden dann die einzelnen CDs physikalisch gepresst. Das sind die sechs Vorgänge eigentlich, die ich mal so definieren würde. Recording, Editing, Mixing, Pre-Master, Quality-Check und das Class-Master für die CD-Duplikation.